hallo und herzlich willkommen zu einer heutigen Folge von Melee Island. Ich wollte gerade sagen Monkey Island. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Und ja, ich hoffe, es macht dir genauso viel Spaß wie mir, dieses Spiel hier zu raten und zu grübeln. Wir sind jetzt allerdings an einem Punkt, wo ich es langsam nicht mehr weiter weiß. Lass uns nochmal ganz kurz durchgehen. Also wir müssen die... Also ich nehme an, dass wir irgendwie diese Zahnbürste organisieren müssen. Und dann den 1000 Füßler bekommen. Was könnte hier noch? Könnte hier noch irgendwas sein, was ansonsten bis von 1000 irgendwas ist? Nee, ne? Haben wir nichts gesehen. Also hier ist nichts mehr. Hier haben wir schon geguckt. Da ist auch nichts mehr. Der Dialog gibt auch nichts mehr her. Auf dem Piratenschiff haben wir geguckt. Da ist nichts mehr. Untere Straße. Halt, stopp. Wir haben alle Sachen in den Geschäften angeklickt. Und da ist auch nichts, was irgendwie beißt oder so. Also was... Ähm... Warte mal. Nee. Vielleicht fällt dir das Gebiss raus und das ist dann der Biss der 1000... Nee. Ähm... Hey, Kind! Könnte es die Spinne sein. Ach, es ist die gleiche Spinne. Es ist die gleiche Spinne. Ja, wir waren hier bei den... Bei den... Da war auch nichts mehr. Wir haben ansonsten nur noch die... Die... Wir haben... Die... Die... Fleisch... Fressende Pflanze. Aber die hat ja auch keine 1000 Füße, ne? Äh... Was war das? 1000 Füße? Nee, was war das? Der Biss der 1000 Nadeln. Also nicht 1000 Füße. Wie komme ich jetzt auf 1000 Füße? Äh... Lass uns das mal angucken. Bosch. Violette Blume. Ich meine, das wäre ein Biss. Muss ich mich jetzt beißen lassen? A classic specimen of Alata Nidlius. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle and loads of tiny sharp teeth. Beißt die vielleicht den Voodoo-Schädel? Nee. Können wir die Pflanze mit Crackern flüttern? Nein. Ähm... Mit einem Stofftier täuschen? Auch nicht. Na, das wird's wohl auch nicht sein. Können wir die Pflanze mitnehmen? Also... Ich mache jetzt ganz große Airquotes. Dieses Messer hat schon genug Unglück angerichtet. Oh! Gotcha, you pointy little tricky fight. Und jetzt haben wir was? This is a plant with a bad attitude. And enough Pokeparts to back it up. Ist das eventuell der tausend Biss von Beinen? Was? Äh... Slightly confuseder alter Mann. Wo war die Voodoo-Lady? Die war im Unterdorf. Komm her. So. Jetzt haben wir dem trotzdem noch nicht die Zahnbürste gebracht. Also irgendwie... Das kann's auch nicht sein, oder? Doch! Hmm. There you go. Bite of a thousand needles. Hmm. Tell me. Is this an ancient, powerful charm, or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Come, spirits of deception and death. Drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney. This hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want the extended service warranty. Oh, nein. I'm not a sucker. Most of you is this. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Yeah. What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. Mm. Just wear it when I really need to. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Leute, es geht Richtung Monkey Island. Quasi. So, ja, dann los. Kriegt er als Zahnbürste nicht, der ist Ken. Oder soll weiter mit der Raupe arbeiten. Warum auch nicht. So, ja, dann benutzen wir das tolle Teil. Hi there. You must be the quartermaster. Yeah, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. Good. Ich zeig ihr meinen mop. Pff. Dean. How's this for a mommy? Let's see. Stick. Tangle a boatline. Smells like seagull droppings. Eh. Good enough. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. Yes. I'm excited to see my station room. When's a good time to discuss the benefits package? Oh, oh. Oh. Ach herrlich, wie idyllisch segeln wir da den Mondschein entgegen. Teil 2 Eine gefährliche Reise Na, also allein schon auf der Reise passieren jetzt Dinge, oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, I'm your captain now. Take me to Monkey Island, where you'll all walk the plank. Uh, more or less. The name's Gullet, but you're not gonna call me that. To you, I'm the first swab. And I want to hear the capital letters when you say it. Capital One, got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here. You sleep here. You take your meals here. Forget the world you do before. This hole is your world. The hole is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. Oh, okay. I only have one simple rule. You are not to leave this hole and there are any circumstances. That is the least one, what I can be merking. Any questions? Can I leave the hole? But, no. Was passiert, wenn ich die Laderung verlasse? What happens, if I leave? I said, you're not to leave under any circumstances. Well, I know. Just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is... I throw you back down here. Nothing is worse than this. Ha 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 ha. Okay, dann würde ich gerne meine Koje sehen, wo ich schlafen kann. Mit frischer Bettwäsche, hoffe ich. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chicken's like a pack. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chicken's have their ways. Hmm, gut. Also, das ist alles so aufregend. Da muss ich erstmal ein bisschen Abendessen. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. Ha 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 ha. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. Ähm. Pff. Was ist, wenn ich, ähm... Also, ähm... Ich... Dann, wohin? Ähm, what if I need to, ähm... You know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside though. I hate an unsightly ledge. Okay, was ist jetzt meine Aufgabe hier? Ja, damit bin ich wieder beim Putzdienst. Ähm, die Quartiermeisterin hat mir diese Broschüre gegeben. Was? Nein. Komm an Bord! Broschüre für neue Mannschaftsmitglieder. Copyright, Litschak, alle Rechte vorbehalten. Lass dich inspirieren. Folge Litschaks Führung. Vertrauen verletzen, Wutanfälle bekommen, Betrug begehen, Gastfreundschaft ausnutzen, falsches Zeugnis ablehnen, die Geliebten zerstören, das Schöne zerstören, Körperverletzung androhen, Körperverletzung begehen, die ermorden, die sich dir in den Weg stellen. Kurzfassung aus dem Buch Piraterie nach Art des Litschak. An die Arbeit, lass dich nicht feuern. Le Ship ist so verzaubert, dass es sich von niemandem außer der Mannschaft entern lässt, einschließlich dir. Also mach dir keine Sorgen, es sei denn, du wirst gefeuert, dann mach dir Sorgen. Auch schön. Ja Mensch, also ich finde es auch toll, ich kenne das ja auch so, ne, man macht schon mal so Firmenkultur-Workshops, also die hier haben ja wirklich das ganze Programm einmal durchgespielt. Und verstanden. Sich vorstellen, was in der Kiste ist. Mehr Schöne? Murray! Nein, aber ich bin glaube, es ist gut. Nein, aber ich bin ein großer Fan. Ah, mein Reputation precede mich, wie die Locusts vor der Storm. Locusts? But I will sign no autographs. A curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Madison? Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, Withered Zombieman. No problem. Okay. How come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man, uh, Skull. I owe her a favor. It's none of your business. Tim Murray. Haha. Schmierfett aufwischen. Looks like you're best at the spot. Aw. I think it's chicken grease. Kühnerfett. I hope my roommates don't get upset. Oi. You missed a spot. Come on. You missed a spot. Is that your catchphrase or something? Hmm. Hey! You missed a spot. Seriously, get some new dialogue. Das ist ja praktisch. You missed a spot. Kann jetzt alles zusauen hier. Ah, nuts. I don't want to spoil my view. That's disgusting. You missed a spot. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ja. Was haben wir denn hier noch? Haben wir denn irgendwas übersehen? Oh, Bull. Ach, kein Problem. Was ist besser als WD-40? Schmierfett. Oh, ein kleiner Spot. Ein kleiner Lake. Mit so fluffigen Clones. Oh, nuts! Schmierfett. So. Nein, das sollte jetzt eher flutschen. Mit Hühnerfett. Oh, okay. Ich glaube, das können wir wieder sauber machen, ne? So. Nun ja. Wir wissen ja bereits, wie das funktioniert. Gut. Eine Runde Flutschi und dann geht das auch hier. Das ist jetzt ein bisschen eine Reise, die Porthole. Der Reise hilft. Ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen eine Reise, die Porthole ist. Na gut. Jetzt müssen wir ihn doch selber einschmieren. Oh nein! Ich kann das jetzt wirklich überall verteilen, oder was? Wie viele Spots gibt's denn da? Den, den, den? Den. Das ist Sauerei, ey! Da kann ich nichts machen. Die anderen haben wir schon alle, okay. Mhm. Hochgehen können wir nicht. So, jetzt. Äh. Mit Anlauf. Juuu. Hm. Hm. Tja. Kann man vielleicht mit dem Huhn über das Ei verhandeln? Äh. Ich werde meine Distanz behalten. Mütter sind mehr witzig, um ihren Jungen zu retten. Zumindest, sie riechen nicht wie leise Hühnern. Was ist denn, wenn wir das Hühnerfutter nehmen? Was kann das denn? Äh, ich glaube nicht so. Möchte ich nicht, okay. Ich habe diese von der Porthole bekommen. Und ich lasse es besser, während ich auf dem Schiff bin. Äh, ich glaube nicht so. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ähm. Aber scheinbar können wir möglicherweise irgendwie gegebenenfalls bei dem Hühnerfutter irgendwas anstellen. Aber weil wir die Hühnern nicht so gut geklappt haben. Wenn wir die Hühnern nicht füttern können, muss es ja hier was mit zu tun haben, ne? Hm. Rauch nicht. Wie kriege ich denn das jetzt hier von dem Mob runter? Muss ich den immer nehmen und dann wieder wegmachen? Ja. Hm. Also, aus irgendeinem Grunde müssten wir ja jetzt das ganze Schmierpferd hier verteilt haben. Aber ich... Irgendwie sehe ich jetzt gerade nicht so... ganz warum. Hallo? So. Da kann man vielleicht auch irgendwie was dagegen machen, dass der das immer wieder tut? So. So. Nehmen wir nochmal. Aber... Ja, keine Ahnung, wie ich... Das kann... ähm... Das kann ja... Ich kann ja auch mit dem Ei nix machen, ne? Hm... Murray... Ansonsten habe ich ja alles angeguckt. Gut, also... Gegenstände im Inventar haben wir jetzt noch nicht geschaut, aber wir machen Schluss für diese Folge. Ähm... Und sehen uns in der nächsten wieder. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und, ähm... Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Return to Monkey Island. Macht's gut! Und tschüss! 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 Tschüss!